Hallo, hier ist Luca Ferrari von der E-Roller Futura und in diesem Video präsentiere ich ein super lustiges Video von unserem exklusiven E-Roller-Produzenten Opay, der mit zu den allergrößten E-Roller-Produzenten weltweit gehört und der bekannt ist für seine super gute Qualität. Und wir sind total froh, dass wir der Exklusivpartner von denen sind für Deutschland und auch für Österreich und die Schweiz. Und wir haben folgende E-Roller von denen und zwar den E-Roller Falcon, den wir jetzt als neue Double-Version haben mit zwei Akkus, den E-Roller Eagle, den E-Roller One und jetzt haben wir auch von Opay die E-Cross-Maschine Thunderstrail X1 bekommen mit 380 Nm Power und 80 kmh Speed und hier sehen wir auch jetzt den Showroom und da sehen wir auch jetzt die neue Cross-Maschine, sieht ja mega cool aus. Und da steht es auch 380 Nm LG Akku und da der Torque von 380, also mega mega stark, speziell fürs Gelände gemacht. Und das sind noch so andere E-Roller aus dem Showroom und hier sehen wir unseren E-Roller Falcon und da auch mit dem neuen Doppel-Akkusystem, wie gesagt, NFC, App, alle Späße und aber jetzt zeigen wir euch schon mal das ganze Video, auch mit Ton, dann viel Spaß beim Schauen. Und jetzt kommt jetzt auch schon nach unserem E-Roller Futura Video, äh Logo, Entschuldigung, Das Video mit Ton, viel Spaß beim Schauen und macht's gut, tschüss. 300 Millionen Sales, ever seen of the E-Bike Factory, raken so much money. Princess, care to join me for a ride? We all know electric cars, but what about their stylish cousin E-Bike? Today I'm at Opai, China's E-Bike hotspot. Let's dive into the unknown to find surprises they've got in store. This is E-Bike Production Line. Workers here assemble each bike like giant Lego blocks one by one. How many bikes can you train out in a year? Around 2 million units. And how much did they bring in? 300 million dollars. That's a lot. Watch this magic trick. Pretty cool, huh? Actually, it rails overhead. Let's keep rolling. This is our showroom. Wow, this is so cool. So badass. Steven, tell me more about this. You can look at the frame, the aluminum forged frame and the battery, lithium battery with LG sales and the mass torque 380. These two bicycles are very popular in Asian markets with good price and good quality. As you can see, the two motorcycles are very popular in European markets. Let me see the details. The two batteries with one switch. You can use it to switch A to B. Ah, this one is my favorite. It's so convenient. Yes, we can customize what you like. This is Electro Vehicle Factory. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektro-E-Scooter, E-Bike und Elektro-Kabinen-Roller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektro-Roller Futura.